Urbane Seilbahnen sind weit mehr als eine praktische Ergänzung zu Auto, Bus und Bahn. Sie sind Transportmittel und Attraktion zugleich. So wie hier in La Paz, wo das weltgrößte städtische Seilbahnnetz entstanden ist. Fahrgäste schweben komfortabel über der Stadt und lassen Staus und Strassenlärm einfach unter sich. Die Seilbahn bringt die Menschen völlig stressfrei und sicher zu ihren Arbeitsplätzen und bietet dabei noch den Genuss einer atemberaubenden Aussicht. Dank Smart Roadway wird die Seilbahnfahrt zur interaktiven Erlebnis. Der Komfort und Mobilität werden durch Innovationen wie Infotainment und weitere digitale Angebote auf eine neue Ebene gehoben. So sind heute schon Internet für Fahrgäste oder digitale Informationen wie Wetterdaten jederzeit verfügbar. Via Mobiltelefon können die eigenen Lieblingssongs in der Kabine abgespielt werden. Darüber hinaus arbeiten wir an neuen zukunftsweisenden Technologien, die den Betrieb einer Seilbahn effizienter machen und vereinfachen, wie zum Beispiel bedienerloser Betrieb. Denn autonome Seilbahnen bringen für den Einsatz in verschiedensten Anwendungsgebieten urban, Sommer und Winter diverse Vorteile mit sich. Für die Entwicklung von zukunftsweisenden Mobilitätskonzepten und die sogenannten Smart Cities bergen Seilbahnen enormes Potenzial. Mit ihren Eigenschaften ergänzen sie die städtische Infrastruktur perfekt. Und auch im Bereich der Digitalisierung setzen sie viele neue Akzente. Mit Smart Ropeway stellen wir bereits heute die Weichen für die digitale und vernetzte Seilbahngeneration von morgen. Doppelmayr Garaventa